Hallo Schön, dass wir eingeschaltet haben, dass wir mit dabei sind. Wir sind noch Ragoon, Moon und Rauch. Und Chat. Hallo. Warum fliegt jetzt Rauch? Hallo. Weil ich zwei Stück mit Rauch killen muss. Ah, okay. Ja gut, ich muss auch noch dreimal machen. Warte, ein Hive? Ne Hive muss ich nicht, aber du kannst es auch machen. Da ist ne Hive. Irgendwo ne aktive Hive gehört. Ja, hier. Ach, morgen. Ne, ne aktive. Ne aktive. Ja, die ist noch aktiv. Zwei Stück. Nein, die rumschreit. Nein, die rumschreit. Ach, aggressiv. Also entweder war das 285 oder dahinter. Ach so. Du brauchst keine aktive Hive. Jetzt versteh ich das. Das hat eine gehört, aber nicht gebraucht. Genau. Du kochst morgen Säf, Niki. Okay. Okay, krass. Schweinebraten? Ähm. Für die zwei Leute. Für alle. Für alle. Ähm. Äh. 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 Keine Kumpeln und Rotkohl. Oh lecker. Aber Klöse. Klöительно. Volle Weihnachtsessen ey. Kann nicht be Pang. Voll die leckeren Dämmelknödel. Nee. Die haben nur leckere Sachen. Niki macht nur leckere Sachen. Hä? Und dann, wenn man noch welche übrig hat, kann man ja am nächsten Tag noch schönية einbraten. Wenn man dann noch welche übrig hat, kann man die gut am nächsten Tag einfach dem Nachbarn geben. Ich hasse Klöse. So ist richtig. Aua, du Arsch. Was ist denn jetzt? Na, hat jemand mit einer Sparks auf 73 Meter mich erschossen. Äh, Moment. Wo das denn? Ich wollte doch nur die Amos-Code... Wahrscheinlich von Goddard. Klumpis kurz anschießen. Ja, 73 Meter und dann mit einer Sparks. Soll ich die versuchen zu holen? Kannst ausprobieren, das ist eine Sparks, ne? Aber ich hab tolles Leben, probier mal. Ja, ich guck nur grad, wie ich am besten an die randkomme. Ich komm nicht mal ran, du bist so zu weit weg. Hast du denn Necro? Ich hab Necro, aber du bist so weit weg von hier. Ach so, echt? Mhm. Guck mal. Wie liegst du? Goddard, ja. Ich bin erschrocken. Ich wollte doch einfach nur den kurz Feuer hinter mir da machen. Den... Den Klumpi, weil ich die brauch mit Feuer. Nicht treffen lassen. Oh, das Ding ist rot. Das Ding ist laut. Nicht treffen lassen. Ich muss mich eben healen, bevor die Sparks mich trippt. Och, Mann. Der kommt zu euch. Holt mich nicht. Hat noch einen Hit? Ich muss nachladen. Warte, achso, warte. Ja, der steht unten. Moment. Da steht er. Genau. Ich muss mich mal eben kurz hier kümmern und dann muss ich nachladen. Naja. Ich treff den mit dem verschönten Waffe nicht. Was ist denn da für eine scheiß Waffe? Ach, die ist da eine scheiße. Die scheiß Packs. Alter. Er ist über uns, den auch nicht. Der ist weiter rechts. Der links. Da sind zwei Stücke, der ist vor euch, der ist weiter hinten. Ich bist dafür aber auch nichts, ey. War das schlecht? Der ist dahinter. Ja, ich muss mich mal eben kurz voll heilen, weil wenn der Sparks hat, muss ich voll sein. Hat einen Hit. Fick dich. Da raus. Links davon. Rechts davon. Links davon. Oh Gott. Was? Na klar hat er ja auch. Oh, nee. Oh mein Gott. Wo guck ich denn zu? Hä? Wo ist der Zugugding? Oh mein Gott. Ach da. War verpackt. Oh mein Gott, Ragoone, du bist geil. Schön. Das ist echt gut gewesen. Oh, Ragoone. Ich treffe das nicht. Ich bin schon die ganze Zeit in die Beschossen. Alter. Alter. Der Lack ist auch der Beste, ey. Da waren jetzt aber wieder nur zwei, ne? Irgendwie. Jeder fand, oder? Ja, doch. Eigentlich schon. Junge. Scheiß Pax. Wir spielen aber auch nicht das Event-Ding, oder? Nee, nicht Pax. Le Marc. Nee, ist nicht das Event-Ding. Das ist richtig. Nee, Le Marc heißt das Ding hier. Danke. Nicht Pax. Pax ist super. Arthur. Ragoone hat den Nachglut, ne? Äh, ja, genau. Achso, okay. Ich hatte ja schon von vorne rein drin gehabt, deswegen. Da steht ja noch offen. Ich finde jetzt zwei Balken wegen dem Arsch. Wo ist seine Waffe? Ja, ist dann das Park. Der war voll auf Windfeld, der Typ, ey. Oh, so. Oder hat das irgendwie mal gerichtet? Seine Sparks genommen. Äh, habt ihr schon gelootet? Alles? Ich hab eine gelootet, ja. Ach man, eigentlich kann ich seine Sparks gar nicht nehmen, weil ich brauch ja Feuer-Damage für die... Ach, ich nehme jetzt einfach die Sparks, so. Wollen wir schon zu dem Banish gehen? Äh, achso, ja, klar. Hä, ist die Konsequenzen, die duwelle Marst. Wollen wir denn, äh, bei dem Modus bleiben, oder soll ich gleich den anderen Modus auswählen? Weißt du, da wo man nichts sieht? Ja. Hm. Ne, das hat auch gut... Achso, ist das nicht das Wildcard-Gedöns? Ne, das ist doch normal. Wenn wir auch da Wildcard spielen, dann kriegen wir, glaube ich, auch irgendwie mehr von irgendwas. Ich hab, ich hab eben gelesen, Rala hat ja eben geschrieben, gut dachte nämlich, dass es eine Limmat ist, und ich hab erst mal gelesen, gut dachte, dass es eine Latte ist, und dann mal so, was? Genau. Genau das war da. Ja. Ja. Ja, einfach ja. Was denn? Oh man, ich weiß immer noch nicht, ich vergesse immer, wie der Film heißt. Da sind zwei Typen, die, äh, ähm, wollen halt über Mexiko, das sind halt Verbrecher, und die wollen halt über Mexiko, und, äh, nehmen dann... Dots haben sie ihre Latte eingepackt, oder? Ich weiß es nicht. Nehmen dann, äh, ne Familie... Warum, nein, nochmal ein Masse, das ist normaler Film. Ja, alles ist normaler Film. Also, es geht um zwei Männer, die über die Grenze nach Mexiko wollen. Und, ähm, die nehmen dann halt, äh, ne Geis... Also, nehmen halt ne Familie in nem Auto als Geisel, um halt da rüberzukommen. Und, äh, dann sind die halt irgendwo in so ner Raststätte, wo dann auch... Irgendwie nachts dann so Stripperinnen sind, und dann hat da jemand so ne Penispistole. Und dann sind da später so, so Vampire. Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Ja, richtig, alles so ein normaler Film. Alles so ein normaler Film. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, da hat's ja ein ganz normaler Film. Das ist so witzig. Hm. Das ist schon echt witzig. Geiseln, und Fesseln, und Seilen, und Latten. Davon gibt's sogar ne Serie auf Netflix, zu dem Film. Das ist Netflix, äh. Was ist da rausgekommen? So, nochmal, stimmt. Ich muss ja Ding haben. Ah, ich hab ja volle Punkte. Ah, Nachschub. Ähm. Moment. Ja. Ach, die sind auch schon ab... Ne, warte mal, sind die auch schon abgehauen? Die sind doch schon drüben, Leute. Ja, genau, die sind schon drüben. Ja, aber im anderen Bounty. Ich verratzei, Moment. Da ist Special, da unten ist Geld noch, links. Oh, oh, der ist losgefahren. Na toll, ich bekomme den natürlich ab. Ja, ich hab den... Ich hab nicht gehört, dass der da im Wasser ist. Ja, ja. Ho, ho, ho. Keine Sorge, ich kann eine Latte erkennen, wenn ich eine sehe. Da nagelt mein Lägel rein. Oder sie nagelt dich. Alarm! Da hat einer, da hat einer Dings. Mücken. Nice. Ja, der ist tot mit den Sparks. Wow, vor mir. Direkt vor mir irgendwo im Wald. Da oben war einer, der ist gerannt. Ich glaub, ich hab da oben, weil doch da war ich vor mir. Ja, aber ich hab doch gerade jemanden wegreden sehen, hier oben. Ja, kann ja sein, aber... War direkt vor uns einer? Nein. Weißt ja, aber ich hab doch von einem anderen gerade gesprochen. Ach so, okay. Da ist schon wieder einer gewesen, da oben. Der ist um die Ecke gegangen. Wo liegt der eigentlich einer, den wir da schossen haben? Liegt der da noch? Ja. Warte, dann hilf mir ein bisschen noch. Alle kennt mich aber so gut. Was hast du jetzt gesagt? Ich hab nichts zu sagen. Ach, Mist, Mann. Links von der Mauer. War der... Äh... Also links an der Bresche. Da oder hier so? Links an der Bresche. Da von den Treppen, wenn du auf die Treppen drauf guckst, links. Ah, da, okay. Ja. Der jetzt tot ist. Okay. Wo weißt du, da kann ich ja dich aber mit dem Neko holen, ne? Der ist von dem da irgendwie gekillt. Lieber mit dem Neko und dann guck ich mal, wo da wer ist. Von links nehmen, ja? Äh, wow. Aus eurer Richtung. Hat ein Sparksit. Hat ein Sparksit. Sehr gut. Da kommt die Blutung. Da kommt noch mehr geflogen. Wieder grad von mir geholt. Von mir. Schauen. Zicken. Ach, der... Ach, der Ding ist aber auch scheiße, die Waffe. What? Oh, das war ein Trait. Nein. Oh, das war ein Trait. Das ist auch die letzte Person. Aber die Waffe ist der Hund ordentlich trifft. Einer ist dann nur noch... Oh man, das war ein Trait. Aber das war so geil mit das Bar. Das war echt trifft. Ach, schade. Oh, ich muss... Ich will die Lehmat immer mitnehmen. Ja, das scheiße. Boah. Cool. Für den Kanal ist das ein goldener Kappa-Emote. Nice. Nein, den hab ich per Seven-TV reingemacht. Ach so. So! In dein Ernst? Nee. Wow, Marcel. Bling, bling, sag ich doch nur so. Wann haben wir denn freigeschaltet? Für 200 Eventpunkte. Guck mal. Und ne Bombenlanz. Schön. Und ich hab noch... Wir haben noch Opfer. Warte. Ja, mach mal. Ich habe Eventpunkte und 175 Handdollar bekommen. Sehr gut. Falls ihr gefallen habt, sind das direkt. Abo nicht vergessen. Auch morgen im Dressen zu haben schon. Und dann schalten. Tschüss. Tschüss. Hallo.